Hallo Schnuckeleins! Ihr seht schon, eine Bestellung von Gbfke. Wir haben einmal Sticker, wir haben ein Bild und wir haben noch ein Bild. Ich würde sagen, wir gucken uns mal die Stickerchen an. Hier wieder zwei, oh ne geil, wir haben hier sogar jeweils vier Sheets, also zwei, sind die niedlich, guckt mal, das sind hier zwei Sheets, das schneidet man wie gesagt in der Mitte durch, dann hat man 13 x 18, das ist immer perfekt, kommt in mein Fotoalbum, dafür eignet sich das echt gut. Und dann haben wir hier noch, nochmal diese dabei, oh Gott, echt obersüß. Und hier sind die passenden Steinchen. So, dann haben wir dieses Bild, das ist richtig schön. Und zwar haben wir hier 30 x 70, das ist ein sehr ungewöhnliches Format, das müsste echt ein bisschen breiter sein, aber es ist trotzdem von der Qualität gut, ich habe schon reingeguckt. Wir haben 24 Farben. Ein bisschen breiter wäre schön, ist halt mal ein anderes Format, so, hocke ich mal. Moment, das rutscht hier immer weg, weil das... So, jetzt haben wir es aber, glaube ich, ihr seht was, oder? Genau, also hier oben mit dem Sternchen, da fängt es so an, und geht so weiter. Ja, 30 x 70, wie gesagt. Opsala. Mensch, das ist aber hier ein Acker. Hey, Mensch, jetzt bleibt doch mal so, bleibt doch mal. Okay, 24 Farben, genau. Ich finde es hübsch, sehr, sehr cool. Ich mag ja so Frauenmotive total gern, Toolkit. So, und dann das nächste Bild. Oh, das finde ich auch richtig klasse. Es gibt es aber auch tolle Bilder, ne? Da kriegt man ja wirklich zu viel. Ah, man bräuchte irgendwie 20 Hände, damit man gleichzeitig 5000 Bilder planten kann. So. Da haben wir dieses. Das ist echt wunderschön, finde ich. Oh mein Gott. Ganz schön knitterig. 40 x 50 haben wir hier. Ja, aber das legt sich mit der Zeit immer. Guckt mal, ist das nicht traumhaft schön? 24 Farben, runde Steine. Ganz, ganz viel Lila, wie man unschwer erkennen kann. Toolkit. Hier haben wir ganz, ganz viele verschiedene Lila Töne. Ja, super schön, oder? Ich finde das so schön. Das ist so, so niedlich. Wunderschönes Motiv. Gefällt mir richtig gut. Bin gespannt, wie es aussieht, wenn es gepaintet ist. Aber so von der Qualität. Man kann alles wirklich gut erkennen. Das schöne Gesicht und hier. Es ist echt hübsch. Wunderschön. Ja. Das war's, meine Lieben. Das war meine Bestellung von Gbfke. Ja, ich weiß, man spricht das Englisch aus. Ich sage Gbfke. Und ich verlinke euch die Sachen in der Videobeschreibung, meine Schnucke Dackis. Guckt gern mal rein. Gibt's wirklich tolle Sachen. So, hier nochmal alles auf einen Blick. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüssi, Hasilis.